ARD Text im Auftrag von Funk Gesundheit Ja, das ist Timing Leute, fahrt geradeaus oder da bremst ich lieber noch? Geradeaus! Ich springe auf euch drauf Durchgesetzt, nicht durchgesetzt Nein, nein, die Strecke Oh nein, alle Burgos in einem Looping Und Fluch und er zieht vorbei Ich wurde von McFly und Chigo mitgetragen Oh Gott, Spiel Oh McFly Oh, da hebt aber einer fliegt in meinen Bauch Ey, hört auf mich zum Experiment Ich wurde am Heck getrauschen und hab dann ein Sequence-Halto noch gemacht Oh, Manus Was denn? Du hast mir was rausgeschoben, was denn? Ey, hallo, ihr wird gefahren am Limit Ja? Da müssen wir schon mal draußen an der Kurve mal kurz gucken, was da unten ist Ja? 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 Alle Ich bin wieder da Hallo Hallo Nein Karma Karma war das jetzt kraft Achso Boah Ey Das war aber Oh shit Nicht hier, nicht hier Windschalten No Fuck Ich hab's gemerkt Oh nein Ich hab's gemerkt Gerade keine Wände Ich hab's gespürt Ja Es ist aber nett, dass du warm bist, Freezy Ja, für dich immer Ich glaub, ihr warst so irgendwo gestürt Oh, er ist gerade so ins Wasser gekommen Da ist sie Ich hab dich Bisschen zu schließen 3-Zip, ich hab raus von wo du quartet hast. Oh, sorry, Chico. Oh, no! Da ist ihm mein Sohn ja gefallen. Wo ich das jetzt nicht so schlecht spiele, dass das Ding mit war, weil der ist ja im ersten Mal in der gesamten... Okay, Mannes. Oh, 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 oh! Ja, ja, ja! Oh, scheiße! Oh, ihr müsst mich rufschlängeln. Aber kann es sein, dass der Teil, der aus Syris steuert, wie ein Stoff? Nein, ich kann nicht sein. Also, ich kann nicht sein. Der aus Syris steuert sich eigentlich ganz gut. Also, Manus hat wegen dem Dialekt mobbt. Hat er selbst so ein Blub, oder nicht? Ganz ehrlich, ich bin mitleidend, wenn man sein Dialekt von der Scheiße gar nicht mobben will. Ich will gar nicht mal mobben! Ja, nein, aber was? Immer umheulen, dass ein Manus mobbt. Ich muss was zum Mob-Effen, oder so. Blau muss ein Blub dran sein. Ja, das Blau ist ein Blub. Wie ist das ihr wüscht? Weißt du, äh, kleine dicke Kinder bei uns suchen? Irgendwann sind wir krass. Was ist das? Dicke Kinder? Dicke Kinder darf man nicht treten, Manus. Siehst du, Maxi hat einen Steirisch-Kurs. Was? Also, Maxi hat auch eine Freundin aus der Steirnberg, und der hat sich wirklich gut Unterricht. Jetzt wieder auf Hochdeutsch, da wird auch nicht zufrieden. Danke, Beclaim-Burrigen. Mega viel Zeit. Also, ich glaube, der Red ist ja immer mehr Hochdeutsch. Nee, ist ja auch klar, ich bin ja ein Steirer. Also, ich habe jeweils akramiert, dass ich mit dir Hochdeutsch schreibe. Außerdem habe ich schon bei den Ruvayentus. Oh, Schicku, das ist aber der harte Auskummer von mir. Ich habe euch nicht berührt. Was? Was? Boah, wieso springt er denn schon alle? Ich fahr die ganze, die ganze Route über die erste. Die Bummi, Marlos. Los jetzt, da vorne ist Dalu. Ja. Oh, da sind die alle. Jetzt hau doch mal weiß raus. Fuck. Wenn wir das ganze Mittelfeld davor dann raushauen. Ja, wenn ihr euch da zankt, ist mir doch egal. Ach, Chiguru! Was bist du eigentlich für ein Monster? Nein, Mann! Was? Sind alle hier in Zweck? Da ist es denn, ey. Mann, was für ein Blick wird sich noch hinterher. Verrückwärts los. Mann, was für mich werden die Schulden. Legwärts, du müsstest mal was nach ruhig machen. Mann, ey. Auf dich warten, ey. Du weißt, wie das wieder endet. Ich bin schon wieder hoch. Nee, nee, ich habe noch Fieber abgerufen. Warte, weil ich den Controller so verkraften drücke. Ich drücke den Controller auf. Keine Wille jetzt vergangen. Ich nehme alles an Wasser mit, was man mitnehmen kann. Yes! Nenn mich Aquaman! Weißt du was? Legwärts. Ja? Du warst aus Ratsch. Du musst sagen, Aquaman ist scheiße. Ja? Kurz vorm Ziel. Ja? Was ist das? Wirst du sehen? Ja, du kannst. 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 Einmal aus dem Rückspiegel sieht ja. Weil ich so lange hier auf Platz 1 war. Aber das Problem ist, wir kommen nicht ran, Digwirt. Wir müssen was machen. Ja, das ist halt auch hier die Strecke. Da kommst du immer wieder runter. Weil wir uns nicht gegenseitig pusten. Wir sind auch langsamer. Das ist kacke. Ja. Warte mal, ich bin gleich da bei dir. Nee, ich schau nicht. Ich schau nicht. Ich bin nicht raus. Ach, du willst einfach nicht von ich bin, Alter. Nee, nee, nee. Ich bin eben nicht vertraut. Das ist, äh... Ey, genau so sah es aber auch aus in der... Du musst auch lenken, ne? Das war eine Rechtsgeburt. Leck mich. Du bist einfach gerade ausgefragt. Das ist gar... Oh nein. Oh nein. Ich fahre nicht mehr lang. 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 Was? Nein. Ich fahre nicht mehr lang. Ich fahre nicht mehr lang. Was? Du hast Schiebe? Ich schiebe mit einem Crash. Du musst mal wieder holen. Hey. Jetzt kommt der Blume. Instant Karma. Wo ist blau? Was heißt hier Karma? Wollen Sie das machen? Aber da aufsachen, was? Hättest du einfach freundlich bleiben können, dann hätte dann genug eine Zeit draußen von dir Minimumstern... Nehmen wir davon, hätte es können. Dann hätten wir uns erst eine andere kurve wieder dran stehen. Das Problem ist, ich fahre langsam. So bist du jetzt selber schon, weil... Ja, aber du brauchst ihn doch nur, Quatsch. Schon ist das Thema lediglich. Liquid, hol' ich dir! Ich glaube, je schneller bin ich auch da jetzt. Vorsicht, Freizeit! Ich fahr halt gar nicht schlecht, aber... Jaja, sag' ja, du fährst die Kurven besser als wir. Einigen Kurven einfach weiter werden. Ey! Was ist los, doll? Ah, das geht sich genau nicht aus. Ja, wär' ich mir nicht so sicher. Von der Distanze ist das genau schlecht. Ich hab' auch gerade. Meiner Mangel nachfahre ich halt... Bisher kann ich nicht fahren, aber... Okay, wo ist sie? Ja, was denn? Vor dir. Wenn du den raushaust, dann gibt's die Quit. Okay, das ist gut. Jetzt krieg' du ne Welle. Alles noch, kriegt halt der erste Quit. Oh komm, das war sehr gut. Perfekt genug. No, ich hab' aber Wasser abbekommen. Oh, scheiße! Du hast kein Wasser bekommen dann, oder? Alter! Nee, aber das ändert nichts. Weil jetzt kommt die schlimmste Stelle, wo ihr immer halt ein paar Meter aufholt. Ah, die Kurven haben sie auch abgenommen. Hier muss ich nämlich springen! Da sind sie schon jetzt. Oh, da sind sie geil. Oh, da sind sie geil. We're freezing out. Oh, okay. Was warte, ist der... Da rammelt der... Äh... Wir schütteln, oder? Nein. Da kommen noch zwei Kurven nach der Röhre. Ich hör' den Motor schon. Was? Ah. Ja. Oh, ein Drift! Der legt einen 1 an! T-0! T-0! Ja. Okay. Das war's. Keine Ahnung, irgendwie kriegst du keine Geschwindigkeit raus. Ich hab' auch keinen Fehler gemacht. Ich dachte, du willst es aus zwei Rädern weiter. Ja, so richtig wie Ors. Ich will er auch nicht weg. Scheiß! Oh, oh. Okay, jetzt war's. Nein! Ah, Gott sei Dank. Das war... Einfach gut gefahren von allen. Ja, man hat aber echt... Also, die ersten fünf, da hat man nichts gut gemacht mehr, ey. Ne. Ey, mir ist doch gar nicht, äh... Gänzettig, äh... Gänzettig, äh... Gänzettig, äh... Gänzettig, äh... Hast du eh nicht mal in die Kurve eingelegt? Wie steht denn meine Kurve? Ich frage! Weißer! Okay. Was ist eigentlich mit Friesen? Hast du auch gecheatet? Damals? Hä? Wobei? Wenn du jetzt immer letzter und so wirst. Ja, ich weiß nicht, was los ist, ey. Ich glaub, die erste Rett hätte mit seinem Mann. Ich glaub, gegen Kiebzl. Irgendwie kann es sein, dass er einen Notstand hat, dass er mich wirklich genau buddeln muss. Was? Ihr Holz? Was? Ich hab' mein Holz. War schon gut. War schon gut gefahren. Ich hab' die schnellste Hundes, glaub' ich ja nicht. Ja, wenn man so weit hinten ist, ist das normal. Das weißt du doch. Ja. 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 Ja, ja. Das sind wir nur einmal drin. Und dann... Werden die Lobby jetzt... Das ist natürlich echt blöd. Weil das Ding ist durch. Er bin. Ausgezeichnet. Das ist da. Und zwei rennen. Ist das Maul? Dann Zebra. Und das ist... Dann nehmen wir den Omnis. Den haben wir noch nicht. Den Omnis... Oh, das ist die Kackstrecke. Was ist die mit der Rampe? Wenn du zu schnell bist, kannst du die nicht kriegen. Maske wieder aufsetzt. Links, rechts. Leute. Ja, eine Rampe bremse ich jetzt. Ja. Ja. Gut, frisch. Was ist das mit dem Flughofen? Ja. Ja. Ich glaube nicht. Nutz ein paar Rampe und dann aufholen. Ja? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt bitte schnell, bevor alle einen rampen. Schnell, 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 schnell. Oh nein. Oh nein. Na komm. Ich lass ihn so nice aus. Nein, 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 nein. Na komm. Der Druck auch trömlich. Ba, 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 alle klatschen. Hey, 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 hey. Schi Nye! Sie muss doch springen! Paps 우ft auf, Tavo! WTF, 안녕하세요. Oh mein Schatz, alles ist chillend. Ich offen jegär auf. Was war das denn? Was geht ab, Bro? Ja, ich hab nochmal angedockt, man. Angedenkseitab. Maxi hast du noch bei YouTube auch noch gesehen. Was? Was war denn das denn? Komm wir müssen... Komm jetzt! Oh was! Was war das denn? Weiß! Weiß kiebt jetzt! Mann ey! Das ist ein Schiedhof! Danke! Warn uns! Jetzt los! Wir haben ja nicht mal Speed mit den Rampen gefunden! Das ist die Kackrampe! Ich hab den Schatz mit raus! Fahr rechts! Fahr doch! Nein, die ist besser! Oh lol! Oh, wer ist denn da? Rock Splash! Hau vor! Hau vor! Hau vor! Hau vor! Oh! Das war wohl der Windschatten! Das sieht geil aus! Aber jetzt fängt das Rennen erst an! Das Problem ist, das Rennen ist auch gleich schon zu Ende! Die Strecken sind glaube ich echt kurz! Jetzt fängt das Rennen erst an und dreht er mich hier! Was ist das denn für ein Rennen? Du bist irgendwie... Da hast du mir gelangt! Ich muss neben dir gehalten haben! Ich bin in den Schleider gekommen und das war das Problem! Das ist Offroad! Der hab ich verkehrt! Nein, nein, nein! Ha ha ha! Komm! Links musen! Jede eine Rampel! Jede eine Rampel! Jede eine Rampel! Wo hast du eigentlich gemüht? Das sind alle! Das sind alle! Keine Ahnung! Los, bergauf kriegen wir die! Oh, Entschuldigung! Ja! Das war so richtig klar! Tschüss, Manus! Du bist leicht rübergekommen und dann... Um das eine zu wandern, aber es ist nicht falsch! Die Strecke ist eigentlich kacke! Hm, ja! Oh shit! Ich würde gewinnen! Nein, 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 nein! Wer hat den Frankenchenwagen? Es tut mir auch leid! Bist du wenigstens hinter mir? Ich bin hinter dir, ja! Wo ist Manus? Es tut mir echt leid, Maxi! Das war im Flug... Das ist ja nur ein Punkt! Da war ja noch alles in Ordnung! Jetzt habe ich zu spät gesehen, dass ich dir auf dich zuschieße! Tut mir leid! Brizzi ist wie immer letzter! Hab'n Schiff voll verpasst! Aber hast du im Anfang auch noch mal einen YouTube gesehen, wo ich den Frontflake flucht habe? Ich frage mich, was du am Anfang vorne mitgefahren bist! Ja echt! Weil wir haben gedacht, dass eigentlich echt gut ist! Und jetzt zeigst dir, wie es ist Null, 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 Null! Und wir der Einzige nicht in Sieben! Maxi! Hast du noch meinen U-Turn nach dem Frontflip gesehen, was ich gemacht habe? Nein, nein, da bin ich vorbeigefahren! Ach schade! Ich hab mal kurz nach hinten geguckt, da hast du auf jeden Fall noch mal richtig gedreht! Ja ich weiß, ich bin rückwärts gelandet und hab noch einen U-Turn gemacht! Du hast, du hast ja Shigo angetatscht! Nein, nein, das war nach! Achso! Das war beim zweiten Sprung, da hab ich einfach mal einen Frontflip gemacht! Und dann hab ich mir noch einen U-Turn gemacht! Ei, 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 ei! Freezy, Freezy, Freezy! Was ist los? Beendet! Kann ich nur noch sehen! Oh, jetzt ist der Kundrat auch noch vorbei, ich glaube! Ich hätte auch vorbeiziehen können! Ich sag ja, es tut mir leid! Kann dir so viel leid tun, wie du willst! Also Freezy wie ein Gentleman bist, dann lässt du Shigo noch vor! Geh mal dein Adress und die schick dir Bier und dabei! Weil dein Skill heute, das ist... Was denn das jetzt hier eine Hip-Hop-Scheiß-Mobel? Ja, natürlich, steckt der Frau dafür noch einen Platz in den Arsch, weil es es nicht kann! Ja, super Idee! Aber letztens hat er auch mit Anne gemacht! Was? Anne hat gewonnen! Wir nehmen den Brodo! Und ich... ... war jetzt den Tarn-Modus! Tarn-Modus? Den Tarn-Modus! Tarn! Ah, Tarn! Den Tarn! Den Tarn! Er lässt einen Tarn! Was passiert, wenn ein Österreicher nach Ostfriesland geht? Die Österreicher haben einen Deppen weniger, die Ostfriesland einen Ingenieur mehr! Ich auch nicht! Ach doch, jetzt habe ich den verstanden! Das ist die Strecke mit dem Tunnel am Ende, oder? Ja, das ist die... Ich weiß nicht, was los ist, ey! Ich habe dich nicht gesehen! Du warst in den Starten! Weißt du was? Weißt du was? Der Bahnhof ist natürlich wieder, ey! Wo war der gute Weg? Was erwartet? Ja, was ist das? Ja, wie? Du hast einfach mit der Scheiße! Du hast doch einfach ganz normal weiterfahren können! Du hast mich gewollt jetzt umgedreht! Auf der geraden Strecke! Das war in der fucking Kurve! Oh, was ist das wieder vorgegangen? Dann bin ich außerdem gegen dich gekommen, weil Daniel mich von rechts geschubst hat! Ich habe niemanden geschubst! Ich wurde über die Rampe! Ja lacht dich bloß tot! Haben wir eigentlich Ein Problem wenig auf der Welt, ey! Wow! Oh shit, das Sword ist real! Ja, ich hab nicht mehr von dir erwartet. Oh, kommt's dran! Sachse, wach du da jetzt? Oh, da war ich! Ich kam auch nicht drüber. Scheiße! Wer ist denn da jetzt umgezogen? Holy Shit! Bist du aus? Ungarn? Was it? Achtung! Ja, ich krieg ihn vorbei und dran! Okay! Das war der Schwungs, verzeihe mir. Das können nur die höchsten sein. Ja, ich geh innen vorbei. Und... Ich geh innen vorbei und voll in den Schreis. Das ist ja auch so gut klapp mit den Schreis. Oh mein! Problem mit dem Auto? Ja, Sachse hat mich gerade gerammt. Ich weiß genau, wer da vorne wegfährt. Ich hab's versaut. Ich bin ganz raus jetzt. Ich war zweiter und müsste jetzt irgendwo auf achten landen. Ja, sechster, siebter, achter. Pfeffer. Kunran hatte... Easy! Hat mich leider quer geschnitten. Einen Fehler und ich bin neuner. Ich bin neuner. Uwe! Ich will einfach alle drehen, ey! Uwe! Was haut das da? Ja, Uwe! Hör, Uwe! Daxa, der Tunnel ist breit genug für zwei Autos, ja? Wenn du rechts oder links von der Weißlidi fährst... Wow! Wie viel Schick hoch ist? Was bin ich so weit los? Ich krieg ja nicht mal Witschatten von dir. Ich seh' mich kein Manus weg. Wuh, Wuh, Wuh! Okay, wie viel denn sehen wir denn? 1, 2, 3, 4, ich seh' nur vier Leute! Hä? Wo ist denn der ist? Oh, kass. Ja, aber ich seh' nur vier Leute vor mir. Ich bin jetzt komplett aufgeschlagen, kann euch raus. Aufsehen! Das ist ja krass, ich schicke ihn einfach hier und da kommt er an. Das ist doch okay. Ja, ist es auch. Ja, ist es auch. Ich kriege von dir keinen Windschatten, what the fuck? Kodran, mach deinen Windschatten an. Weil du's nicht verdient hast, weswegen? Halt's Baul! Ich hab ein neues Ziel gefunden. Das ist ein schwarzes Auto da vorne. Das wirst du nie wieder sehen. Das ist doch recht. Nein, das ist Sachsen. Du hast aber beide schwarzes Auto. Sachsen bringt ihn einfach um. Kodran, wer ist vor dir? Sachsen. Ich war rechts neben dir. Ich war rechts neben dir und du hast nach rechts gezogen. Ich dachte, das ist Max. Für eine Frau, Alter. Mach's gerade richtig viel, Freunde. Wie können die denn so weit wechseln wie sie ins Fahrt? Ich schicke es nicht an. Ich schicke es nicht an. Dann fahr so. Das Ganze ist klein. Sie links rüber, ja? Was soll das denn? Freezy! Freezy ist echt auch so einer, ja. Oder gekauft von Manos diese Runde. Die war so Schlechtpferde. Freezy, wir kommen sonst nicht ab. Jetzt raus und ist vorbei. Irgendwie muss der Freezy seinen Platz für einen Landwirtschaft zu diesem Land auf der Welt gezogen. Das da vorne ist nämlich erst der dritte. Was ist da los Freezy? Wie denn? Soll ich ein Seil ausfahren? Hab ich gedacht. Bei dir, fuck. Hol ich wieder ein. Nicht bremden, gib Gas. Nicht bremsen, was machst du? Und du, ich nehme doch. Du musst super auf. Holger, wer bleibt sein Angst? Alter, mit deiner Zitrone will ich das... Oh, du... Fake is real. Ich konnte mich eine lange Zeit halten, aber jetzt... Oh, ich hab den Booster nicht gekriegt. Oh nein. Scheiße, ich hab den Booster nicht gekriegt. Wie kann man nach dem Boost vorbeifahren? Ganz außen. Indem du Manos hast. Ich wollte Chico nicht ran, sondern wollte vorbeifahren. Ach so, ach so. Das war interessant. Das wäre schon voll hinten reingeknallt. Und das wollte ich vermeiden. Mhm, ich hätte dir beim nächsten Mal abgebissen. Wohin ins Ohr? Ich hätte das Ohr abgebissen, Mann. Aarind, das Ohr abgebissen, Vorsicht. Ich hätte das Ohr abgebissen, Mann. Ich hätte das Ohr abgebissen, Vorsicht. Es ist weg, es ist weg. Es ist weg, es ist weg. Es ist weg. Du bist jetzt ein Einrohriger. Nein. Nein. No, Valu. Was? 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 Es geht hier um die fieken Punkte. Du bist beim... Und ich werde ihn nochmal weggeschüttet. Jawohl. Jetzt geht's los. Alles ist drin hier. Siebter. Wo sind die alle hinten? Aber es wurde ich mit rausgeflogen. Ja, aber hast du mich nochmal rausgehauen? Nein. Sagst du? Das war doch alles noch drin. Jetzt geht's richtig. Ab hier mit. Ich verliere meinen Platz. Mein Plan war es, dich in der letzten Runde rauszuhauen. Was ist das denn? Und dann hat noch jemand mitgemacht. Ich bin aber auch rausgeflogen. Ich bin mal so nett, Manus. Ich lasse es sein. Nein, hau ihn raus. Nein, hau ihn raus. Der haut mich sonst raus. Hau ihn weg. Oh, oh. Hä? Ich bin so gut gefahren. So gut. Oh, dann zweimal ist er rausgeflogen. Oh, dann bremst er. Da bremst er. Ja. Ich bin ja nicht doof. Die Leute, die sind von uns rausgeflogen. Oh, Manus. Daxe, lass mich vor. Nein. Ram ein. Oh, oh. Quotraten, Quotraten. Manus hat auf jeden Fall gewonnen. Nein. Schade. Manus hat gewonnen. Es endet genauso, wie alle von der Rampe springen. Daxe, Mann. Yes. Mein. Fuck ja. Ich hoffe, du hast dich. Ja. Wow. Wow. Ey, wie krass, Alter. Jetzt bin ich so gespannt. Wer auch immer das Hauptgang gewonnen hat, hat wegen mir gewonnen. Ja. Außer ich habe immer noch gewonnen. Aber wie kannst du sein, dass wir noch weggebracht haben? Wenn man dort trocken müsste. Leg mir da drauf. Einfach weggeboxt, ey. Und dann werde ich wieder gespawnt, fahr zwei Meter, dann kommt Shigo und hopp mich nochmal runter. Wer steht denn da? Verdient. Verdient? Ich habe gar nichts gemacht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, jetzt bin ich so gespannt auf die Punkte. Nur weil dann sagst du auch noch mal nicht. Ja, Liquid hat trotzdem gewonnen. Ich bin so gespannt. So, wir wenden den Part jetzt hier. Bei mir gibt es das Ergebnis. Ja. Bitte, lass Kugeln haben gewonnen haben. Nein, insgesamt, meine ich. Ja, Liquid hat insgesamt gewonnen. Nee, nein. Auf ziemlich mir sicher. Liquid hätte, wenn Liquid Sechster gewonnen wäre, und ich Erster hätte ich gewonnen. Deswegen ist das knapp. Oh doch. Oh doch. Oh, Mannus solltest du dich mal auf dem Treppchen. Warst? Es wird eine voted vierter, ne? Das steht eindeutig eine Vier vor deinem Namen, Mannus. Das reicht ja nicht, das ist so lächerlich. Aber warte, dafür, dass ich am Ende nicht weggerannt habe, die 50€ zahlst du mir noch mehr auf Paypal-Lacke einkommen. Und McFly war dran, oder? Ja, schalt auf jeden Fall bei den ganzen anderen Idioten hier ein und genieß die Show. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alright, was gut. Tschüss.